This is the point of Switzerland Im Moment wird hier fleissig geprobt und uns natürlich schaurig wundert, wie unsere Coaches und ihr Team ihre Talents auf den wichtig und vor allem auch den entscheidenden Auftritt vorbereitet. Gehen wir mal hören. Hättest du dir jetzt einen anderen Song gewünscht? Ja, auf jeden Fall. Ich singe viele rockige Sachen, wie Disco, Shishi. Ich habe einen Song gesucht für zwei grosse, grosse Frauenstimmen. Wie fühlst du dir über die Herausforderung? Es wird eine Herausforderung, definitiv. Laura ist eine großartige Singere und sie hat viel in das. Es wird besonders Spaß, das ist wichtig. Ich bin relativ flexibel im Singen. Ich habe auch eine Band, in der ich Disco, Shishi singe. Es ist einfach nicht das, was ich aus mir heraus singe. Aber ja, ich bin bereit. Also den Disco, Shishi, klingt hier schon mal extrem gut. Ich bin wirklich gespannt, wie diese beiden sich auf der Bühne schlagen werden.